Johann Karl Friedrich zu Karoleth Beuthen war ein Fürst und freier Standesherr sowie preußischer General. Leben Er war Sohn von Fürst Hans Karl zu Karoleth Beuthen und der Mutter Amalia. Karoleth Beuthen diente zunächst in der kaiserlichen Armee, ehe er 1741 in den preußischen Dienst wechselte. Er wurde Oberstleutnant im Leibkarabinerregiment. Im Jahr 1743 wurde er zum Oberst und Kommandeur des Kürassierregiments Nummer 8 ernannt. Er machte den österreichischen Erbfolgekrieg mit und hat sich 1745 insbesondere in der Schlacht bei Hohenfriedberg ausgezeichnet. Im selben Jahr erhielt er auch das Pur-le-Merit. Im Jahr 1751 erhielt er ein eigenes Kürassierregiment. Zu Beginn des Siebenjährigen Krieges war er Generalleutnant. Die Beurteilung durch Friedrich II. schwankte. Während er Schöneich Karoleth 1756 für geeignet hielt, auch größere Einheiten zu führen, kritisierte der König 1757, dass er nicht energisch genug gegen die Österreicher vorgehen würde. Die Bitte um die Verleihung des Schwarzen Adlerordens wurde daher auch abschlägig beschieden. Im selben Jahr nahm Schöneich Karoleth seinen Abschied. Nach dem Tod des Vaters wurde er 1763 dessen Nachfolger als Fürst. Später diente er verschiedentlich als Gesandter. So wurde er 1764 nach Warschau anlässlich der Königswahl von Stanislaus II. August Poniatowski entsandt. Den Schwarzen Adlerorden erhielt er im November 1764, als er von der Wahl zurückkehrte. Familie Er heiratete am 17. Dezember 1749 Johanna Wilhelm die Miene-Prinzessin von Anhalt-Köthen. Aus der Ehe ging Heinrich Karl Erdmann III. Fürst von Karoleth Beuten hervor. Aus der Ehe ging es um die Verleihung der Königswahl von Stanislaus II. Aus der Ehe ging es um die Verleihung der Königswahl von Stanislaus II. Untertitelung des ZDF, 2020